Es ist gerade erst dunkel geworden hier an der Tunguska und ich teste mal wieder hier schön auf dem Tauwurm. Einfach nur locker reingeworfen und zack, ballert es auch schon rein. Das sieht schon ganz interessant aus. Das ist natürlich ausbaufähig. Also gucken wir mal. Schöner Muckshuhn, Amurwels, Sterlet. Genau die würde ich nehmen. Also Futtermesche zusammengebaut, rausgeworfen und jetzt gucken was geht. Na guck und es geht los. Ja, da denkt man sich doch, Mensch, bei solchen Fischen gibt es doch nur eine Chance. Futtermesche zusammentütteln und gucken, ob es dadurch nicht sogar noch besser wird oder es wird schlechter. Oder, naja, kleine sibirische Maräne nehmen wir natürlich auch alles gerne mit. Also einfach rauswerfen hier an der Tunguska auf relativ simplen Setup. Ich stand vor ein paar Wochen ja schon mal hier vorne in dem Bereich. Ich glaube, hier teste ich auch gleich nochmal. Und das Schöne an der Tunguska ist, wir haben hier eine sehr steil abfallende Kante. Also man hat hier sehr schnell sehr tiefes Gewässer. Und das heißt, selbst hier vorne im Nahbereich kann man sehr gut auch schon was fangen. Ich habe jetzt hier allerdings auf zwölf Meter mal geklippt. Und das Ganze eben auch hier mit Futtermesche kombiniert. Ihr seht, ich bin hier direkt am Sporen sozusagen. Direkt im Eingangsbereich, gar nicht weit laufen. Zack, eben hier locker auswerfen. Zwölf Meter. Ich hatte, anfangs habe ich einmal auf zehn Meter gemacht, einmal auf zwölf Meter. Der erste Biss kam auf zwölf Meter. Also bleibe ich bei zwölf Meter. Vielleicht klappt auch noch viel näher dran. Vielleicht kann man auch hier vorne ganz nah, so auf sieben oder acht Meter auch was fangen. Müsste man einfach testen. Vielleicht kannst du es mal testen, in die Kommentare reinschreiben. Dann wissen wir alle mehr. Eine Route einfach im Nahbereich, eine mittel, eine weit. Und dann hat man schon ein paar mehr Infos. Denn auch hier vorne in dem Bereich ging ja mal eine ganze Zeit lang auf Jig immer wieder gut der Amurwels. Und wenn man den sogar hier ganz vorne noch gejickt hat, kam regelmäßig hier ganz nah, also ich sage mal so ein, zwei Meter entfernt, immer noch die Einschläge. Also auch da durchaus die Chance, dass es eben hier ganz gut so funktioniert. Ja, vom Setup her gar nichts Spektakuläres. Einser Haken, Tauwurm, Futtermische für Sterlet. Gerade frisch ausgeworfen. Das heißt, es braucht jetzt eh noch so ein bisschen Zeit, bis das Ganze wirkt. Beziehungsweise, ich glaube, ich werfe einfach noch so zwei, dreimal mehr aus. Denn ich habe nur das kleine PVA dran. Und dann haben wir hier zumindest mal so in Richtung von annähernd zehnmal Futtermische. Ich glaube, es sind jetzt erst mal sechsmal Futtermische oder so drin. Ja, könnte sein. Also so ein bisschen mehr auswerfen, damit die ganze Area auch nochmal extra angefüttert ist. Ansonsten angle ich hier auch immer wieder ganz gerne komplett ohne Futtermische, ohne alles. Aber bei diesen Fischen kann man das doch auch mal ruhig mit einer Futtermische testen. Sibirische Sterlet wäre natürlich der Hammer, wenn das reingehen würde hier als seltener Fisch. Aber ansonsten bin ich auch super zufrieden mit Amurwels. Wenn der mal wieder schön reingeht hier vom Land aus, das wäre schon tip top. Und Muxun, ne? Man, 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 wie ich Muxun suche. Das wäre auch der Burner, wenn Muxun endlich mal reingehen könnte als Trophy. Hammer, hammer hart. Ja, ich teste jetzt erst mal hier ein bisschen. Mal gucken, was hier passiert. Oha, 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 harte Einschläge hier. Heftiges Gezuppel anfangs. Na, das ist doch gut. Oh, ich muss mal gucken, dass ich mein Setup nicht zu leicht eingestellt habe. 13 Kilo hier nur mit Grundleid. Oh, ne Quappe. Na, werdet das gedacht. Na klar, 8 Kilo Quappe fast. Auch nicht schlecht auf Grundleid, einfach nur auf den Tauwurm. Nehmen wir natürlich auch gerne mit hier in der Nacht. Aber Amurwels, Amurwels wäre schon noch besser, ne? Na, guck, na guck. Also, jetzt in der Nacht geht es so langsam los. Immer ein bisschen mehr Futtermische ist drin. Aber, ne, jetzt haben wir hier tatsächlich die Quappen. Die wollen wir ja eigentlich echt nicht, ne? Ähm, da muss ich jetzt natürlich gucken, ob ich, also wenn es der nächste Fisch auch noch eher eine Quappe ist, dann lass ich das, glaube ich, lieber hier und gehe ein paar Meter weiter. Die Frage ist, ob das Futter den Spot jetzt quasi so beeinflusst hat. Ne, Amurwels, oder? Okay, ich bleib doch wieder hier. Ei, 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 gib mir mehr Amurwelser, Alden. Die sind auch der Hammer, oder? Die sind auch der Hammer. Mehr verschiedene Welsarten ins Game, Alden. Es gibt so krasse Welsarten noch. Hammer. Na, guck, direkt wieder raus hier. So. Zack, ein bisschen straff ziehen. Ist da was dran? Ja. Und geht auch so ein bisschen in die Bremse. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass hier der Baum hier den Haken frisst. Oder dass es einfach hängen bleibt. Oh, 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 die nächste Quappe. Grundsätzlich habe ich nichts gegen Quappen. Ich habe nichts gegen Quappen. Quappen sind geil. Nehme ich gerne alle mit. Auch kohlemäßig, ne? Das Schöne ist, wir sind ja hier direkt an der Base. Hier hängt am Shop. Wir können ja mal eben reingucken. Guck mal hier, die Quappe. Zwölf. Oh, gut, die kleine nicht. 35 Silber. Aber Amurwels ist halt seltener. Oder so ein Sterlet. Bringt auch noch mal richtig gut Cash. Inmaßig. Kleine sibirische Marine. Guck mal an. Guck mal an. Verschmäh mir mal nicht. Die kleine sibirische Marine. Alten. Acht Silber. Das ist nicht so schlecht. Also für die paar Minuten, die ich jetzt hier gerade stehe. 129. Kann man schon machen. Dafür, dass sie noch nicht mal wirklich Frequenz ist. Und da geht es aber auch direkt weiter. Na, guck. Na, guck. Ja, ich gucke gleich noch mal rein in die Futtermische und alles. Also mich würde es aber tatsächlich umso mehr jetzt gerade interessieren, wie das Ganze läuft ohne eine Futtermische. Also das, da bin ich ja noch gespannter eigentlich gerade. Also das, da bin ich ja noch gespannter eigentlich gerade. Zack. Halt es jetzt hier mit. Also mit ist natürlich immer nice to have und kann man natürlich machen und alles. Klar. Aber läuft denn dann auch sowas ohne Futtermische? So. Mal langsam hin. Ist schon was dran? Hängt da schon? Ja. Text flackert schon. Also muss der Biss sein. So. Ich werfe jetzt gerade so ein bisschen weiter rechts rüber. Also ich habe jetzt angefangen. Okay. Okay, okay. Ich habe jetzt angefangen gerade zu werfen. Und werfe jetzt ein bisschen weiter rechts rüber. Weil ja die Futtermische, das treibt ja auch alles beim Auswerfen immer so ein bisschen ab. Dass ich dann auch da drüben so ein bisschen mehr lande. So. Genau. Na, vielleicht geht noch was Großes rein hier. Nicht eigentlich vom... Eigentlich müsste das passen, ne? Von der Bremse und allem sollte das alles passen. Drei Fünfer Amurwels. Schmeckt. Und das auf Grundleid. Das könnte doch noch gleich einen Rekord geben. So. Dreck nochmal weiter raus. Ah, perfekt. So leicht rüber in die Strömung mit rein. Und es geht weiter. Und es hängt sofort. Ja, wir können locker ein bisschen hochziehen. Na. Also da würde ich sagen, das ist doch schon gar nicht verkehrt hier. Das kann sich doch sehen lassen. Bevor gleich die Futtermische leer ist. Wir gucken mal kurz ins Setup rein. Ähm, 13er Setup. 13 Kilo. Das gesamte hier auch mit der Bremskraft. Natürlich absolut ausreichend. Grundleid. Also wie man hier eigentlich angelt. Am Hupfersee. Sehr schön fein. 13 Sechser Vorfach hier. Einser Haken. Tauwurm. Sterlet. Futter-Mische mit Rapssamen gehackten Würmern. Fluss-Wandermuschel. Also die Zebra-Muschel. Lehm. Grill. Rabbe und Muschel als Aroma. Und das natürlich dann hier auf die 12 Meter. Zack. Locker rausgeworfen. Ja, 4 Uhr morgens. Und es zuppelt weiter. Ich muss sagen, kann man machen. Ist gar nicht so verkehrt. Also, kann man tatsächlich durchziehen. Ich hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr mit Sterlet gerechnet. Oder zumindest gehofft. Gerade weil natürlich die Futtermische komplett auf Sterlet eingestellt ist. Das wäre natürlich noch nicer gewesen. Ich glaube für Amur-Welds, wait a minute, könnte man natürlich auch einfach den Fischfetzen noch nehmen. So. Jetzt haben wir natürlich schon 4 Uhr morgens. Aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Dann einfach hier mit dem Fischfetzen reinzugehen. Andererseits hat man dadurch natürlich auch nicht mehr ganz so viele Möglichkeiten, verschiedene Fische zu fangen. Da ist natürlich der Tauwurm der deutlich bessere Allround-Köder. Aber wenn man Bock hat auf Amur-Welds, und es waren ja ein paar zumindest dabei, zumindest auch in den guten Größen. 3,5. Das ist nicht so schlecht. Na, da zuppelt vielleicht nochmal eine Quappe. Die zuppelt immer so heftig. Die beißen immer so so lange an den Ködern unten rum. Bis sie sich dann irgendwann entschieden haben. Oder es dann einfach lassen. Ja, aber das wäre natürlich eine Möglichkeit. Dass man dann sagt, okay, gezielt auf Amur-Welds einfach dann hier das Ganze mit Fischfetzen machen. Ja, 23 Minuten jetzt hier vom ersten Fisch an. Na, jetzt doch noch. 5 Uhr morgens. Einmal jetzt die Nacht einfach komplett durch. War jetzt nicht so verkehrt, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Nochmal eine Quappe, genau. Ja, letzte Futter-Mische ist durch. Dann ist das Ganze hier aber auch ausreichend eingesottet. Ja, jetzt ist natürlich, wie gesagt, die Frage, klappt das auch ohne Futter-Mische und ohne PVA. Und ich würde fast sagen, bestimmt klappt das auch ohne Futter-Mische und PVA. Denn so habe ich hier in der letzten Zeit immer mal wieder geangelt. Und es war an und für sich immer wieder ganz gut. Auch ohne Futter. Den würde ich sagen, nehmen wir noch mit. Und dann gucken wir gleich mal in den Kescher rein, was das Ganze denn hier gebracht hat. Fürs ganz entspannte Grundangeln an der Tunguska. Einfach top, oder? Dass man hier an der Tunguska alles machen kann. Grundangeln, Spinning, Posen. Na, ist er schon dran? Ich glaube schon, ne? Ja, oh ne, doch noch nicht. Doch noch nicht so richtig gehakt. Na gut. Na guck, dafür ist der andere dran. So. Ist der schon dran? Der ist schon dran. Nochmal eine kleine Quappe. Nochmal ein mittelprächtiger Amurwels. Ein Kilo ist doch schon, glaube ich, nicht verkehrt. So. Jetzt gucken wir gerade noch mal eben schnell rein. Genau, der letzte hier gerade. Mittelprächtig. Ja, ne? Mit 17 Silber kann man machen. So. 54 Silber ein Amurwels. 54 Silber für einen Fisch. Mach voll den Kescher halten. Mann, Mann, Mann. Fackenzeit. 25 Minuten. 229 Silber. Ist okay. War noch nichts Besonderes dabei. Aber für einfach mal so ein bisschen auf Tauwurm kann man machen. Und jetzt heißt es natürlich, weiter gucken, ob noch was reingeht. Sind Kaffeeaufträge drin? Die reingehen. Mal eben schnell schauen. Ähm, ne. Die sind eher... Ja, wobei, wenn man mit einem kleineren Setup reingeht, könnte man hier auch die Schmerlen oder sowas fangen. Kleine Bodenrenke. Könnte vielleicht noch reingehen. Ne, aber ansonsten nichts Passendes drin. Aber trotz allem kann man machen. Kann man wirklich gut machen. Also, einfach mal hinstellen. Mit dem Tauwurm. Oder auch mit ganz anderen Ködern noch. Ran hier. Testen, testen, testen. Ja, jetzt wie gesagt auf 10 Meter. Teste du doch mal andere Entfernungen. Und natürlich auch mal ohne Futtermische. Würde mich mega interessieren. Gerne in die Kommentare reinschreiben, wie das geklappt hat. Ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter durch. Beziehungsweise werde das so bis mittags hier ungefähr noch durchziehen. Und danach hier in dem Bereich auch noch mal weiter testen. Dann ohne Futtermische. Und gucken, ob es da ähnlich gut weiter geht. Und ob vielleicht noch ein bisschen mehr Mucks und reingeht. Das wäre natürlich auch noch mal der Hammer. Oh, der hat sogar noch ein bisschen Bock. Was haben wir denn da? Na, 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 na. Oh, Sterlet. Sterlet. Sibirischer Sterlet. Ich werde weich, Algen. 4,5 Kilo Sibirische Sterlet. Noch mal 50 Silber gemacht. Ich bleibe doch noch einfach ein bisschen hier. Hat sich doch gelohnt mit der Sterlet Futtermesche. Und was sich auch noch lohnt, ist einen Daumen da lassen und einen Kanal abonnieren. Dann fängt man auch Trophies. Petri, bis zum nächsten Mal. Sibirische Sterlet. Sibirische Sterlet. Sibirische Sterlet. Und was seine mich hat ihnen gesagt. Nein, das ist für uns so schön. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.